ein Geräusch auf Runderspett zudem wir haben jetzt ein Schlüssel mit ja in der Schlüssel haben wir ja zu den Generatoren das ist aber auch so nichts mehr gehört die die Brustersätze die Städte ich bin nur ins Mikro also einen haben A also ein Licht ist grün wenn alle drei grün sind glaube ich können wir auch machen das ist das Ziel der Sache auch verschicken und der zweite ist auch so der letzten noch wo auch immer der ist so da sind wir gekommen könntest auch mal einen Weg machen das ist toll hier Bildschirm so gehen wir hier von hier bin ich gekommen nicht ja hier lang im Zug zusammen Reiseführer das ist es ist es ist links war aber auch nicht ja auch Geld Geld Prozent Prozent er sei es nicht so so ja da eben etwas toxik giftiger als nix da bin ich das macht das ist das ist das haben wir auch schon eine Zeit sehen in der Saison der anderen das ist aus dem jetzt der nächste auf also die spiel der also es ist zu empfehlen das Spiel nicht die schlechteste Grafik ist okay ja und das Spiel macht Spaß ja etwas gruselig wegen dem Monster ist etwas komisch das Ding ja ja von da sind wir gekommen ich glaube nicht dass sie jetzt noch einen Schlüssel deinem Warenhaus haben oder bei den Generatoren wäre jetzt auch ein bisschen ähm unlogisch ja hier kann man durch also noch ein Tipp das Monster kommt nicht durch also Augen auf für Tunnel ja ja jetzt funktioniert schon ja 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 das sieht schon mal gut da werden wir am Schluss wahrscheinlich abhauen ja 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 das ist die Nummer 3 wo ich sehe sie ich sehe sie oh mein Gott hau 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 hier müssen wir noch nachher wieder zurück ja super hau 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 rechts mit genau die also ich merke ja nach dem Tunnel wieder rechts oder hau 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 ja schön wie sie hier im Tunnel nichts zu tun ja warst du so am liebsten wir haben fünf Schlüsseln haben wir gefunden ja die drei Schlüssel für die so Ding unten was wär der letzte halt also wir haben alle drei auch so oh 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 ja so wo müssen wir ja das ja oh wir brauchen glaube ich noch den Meisterschlüssel nicht durch eine Tür zu genau am Anfang ja hat man am Anfang des Let's Plays gesehen ja du ja da nein du musst es ja beruhig nein 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 umdrehen jetzt nein nein links das ist rechts alter rechts 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 laufen links rechts links ja seht ihr das hier her ja also hier zum 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 sind zum 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 das zu rechts der rechter kann man das der rechter links stark links jahre hinten ist hier nirgendwo noch ein bisschen irgendwo habe ich voll in ihre Katze gehört ja irgendwo hier muss sie sein nein wo geht es doch hin? egal, kreis auf die Katze da unten keine Ahnung hier können wir jetzt durch ja geht euch nicht hin bevor der Klasse ist so ich höre so Patrick hört schon mal etwas oh oh mein Gott oh no okay das ist jetzt wirklich zu einfach ja haben wir ja auch die Spielkraft einstellt ich glaube ich also zu dem Spiel Schwierigkeitsgrad gleich 1 also von 0 bis 10 0,5 des 1 würde ich mal sagen wirklich schwierig ist das Spiel nicht nein ja ah das ist sicher der meisterreiste jetzt macht das Spiel Sinn öffnen öffnen ja 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 ich glaube wir trauen mal diesen roten Pfeil ja stand glaube ich am Anfang auch auf dem Set ah ja red cross orders vielleicht sollten wir einfach diesen Ding antworten die Uhr die Uhr ja das ist nicht richtig ja 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 also wenig die verarschen uns nein das sieht gut aus ok war der war der Fall auch ich glaube wir haben es schon geschafft also wird es beide das Spiel ist nur ein Film es macht Spaß es ist nicht wirklich schwierig und ein bisschen bisschen Buselschock ist schon auch dabei also ja 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 gut gemacht hat beim ersten Versuch schon geklappt ja cool jetzt haben wir schon wieder den Start und willst du noch was sagen also sicher danke für 100 Abonetten das ist sicher ja sicher mal das und ja Samstagabend ne ja bei Patrick zuhause ja ok danke für zuschauen zuschauen den Link und die ähm packen wir in die Beschreibung den Rest auch den Link zu unseren Kanälen dann auch wieder und eine kleine Beschreibung zum Spiel natürlich ja viel Spaß und schönen Abend Ciao